Hallo und herzlich willkommen auf EPIC heute bei uns von Recon Company, die Recon Pro Molle Pouches. Wir haben es euch im ersten Video der Recon Pro Serie schon gesagt. Recon Company hat sich Gedanken gemacht und weil wir ja auch immer Feedback geben und gesagt bekommen haben, es sind viele Produkte immer viel zu teuer auf unserem Kanal, die wir vorstellen, hat eine Linie rausgebracht, die günstiger ist, um eben auch nochmal eine etwas kaufschwächere Kundschaft abdecken zu können und natürlich auch einfach, um ein bisschen Variationen auf den Markt zu bringen. Finden wir ganz cool. Die Chestrix haben wir euch schon vorgestellt. Verlinken wir euch am Ende dieses Videos das Video zu den Chestrix. Könnt ihr euch nochmal angucken. Und heute geht es um die ganzen Molle Pouches, die es gibt. Molle Pouches mal in Anführungszeichen, weil natürlich hier auch andere Taschen, die jetzt nicht unbedingt eingeschlauft werden, mit dabei sind. Aber wir geben euch einfach mal einen kurzen Überblick. Wenn euch was im Detail interessiert, können wir das gerne auch nochmal irgendwo covern. Aber ich denke, mit einem kurzen Überblick habt ihr alles, was ihr wissen müsst, mit dabei. Wir fangen mit den Magazintaschen an. Die gibt es natürlich für verschiedene Plattformen. Logischerweise primär für die M4 und G36 Plattformen. Da wäre hier ein klassisches hohes, eine hohe Magazintasche. Regen Company verwendet hier 560 D-Codura Polyamid. Bei der Flektan-Variante ist das auch IR-sicher. Das kann man hier ganz gut nochmal sehen in der Aufnahme. Da haben wir einmal für euch eine Tasche, die nicht IR-sicher ist. Und nebendran das IR-sichere Bundeswehr Flektan. Diese Taschen sind hier vom Aufbau her komplett Laser-Cut-Palschlaufen. Haben oben eine Zuglasche, ähnlich wie bei den Chestrix, mit einem Pull-Tab. Und schließen das Magazin halt gut ein. Und vorne, wie gesagt, kann man noch weitere Taschen anbringen. Das gleiche gibt es auch nochmal in einer etwas weiteren Ausführung für G36. Da passen natürlich dann auch AK-Magazine rein zum Beispiel. Also es ist kein reines G36-Magazin-Pouch. Und das Ganze gibt es nochmal als Schnellzieh-Variante hier in zwei verschiedenen Versionen. Einmal mit Laser-Cut-Pals, einmal mit klassischen Pals. Auch vom Zugmechanismus ein bisschen unterschiedlich gelöst. Hier habt ihr eine Plastikeinlage, die quasi u-förmig von der Seite verläuft. So, wenn man das mal so von der Seite sieht. Und die klammert dann das Magazin von vorne und hinten. Bei dieser Tasche hier ist es so, dass von den Seiten geklammert wird. Und da habt ihr auch die Möglichkeit, hier mit Klett die Weite einzustellen. Ihr seht, ich habe jetzt hier ein SR25-Magazin drin. Also etwas weitergestellt das Ganze. Kann ich dann hier mit Klett das Ganze fixieren. Zusätzlich sind elastische Bänder, die das halten. Und dadurch habe ich dann natürlich die Möglichkeit, hier auch breitere Magazine unterzubringen. Die haben ein bisschen mehr Zug. Ich meine, muss man natürlich auch fairerweise sagen, ist jetzt gerade nicht an der Molle-Ausrüstung, sondern hier in der Hand. Da geht es natürlich immer noch mal ein bisschen schwerer zu ziehen, das Ganze. Aber da ist auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, auch mit M4 oder eben mit SR25-Magazinen, AR10, 308, was auch immer, zu arbeiten. Innen ist das Ganze hier mit einem gummierten Material versehen, was Reibungswiderstand gibt. Und dadurch lassen sich dann die Magazine dann auch etwas schwerer ziehen, was ja auch gewollt ist. Das sind die Langwaffen-Magazintaschen. Ich packe sie gerade mal hier ein bisschen zur Seite. Das Ganze gibt es auch noch mal für die Kurzwaffe. Das ist auch eine ganz simple Tasche, die ebenfalls hier mit dieser Klammer versehen wurde, um das Magazin von vorne und hinten zu klammern. Also nicht wundern, dass hier kein Bungee-Cord oder sonst was verwendet wird. Das Magazin wird eingeschoben, wird dann geklammert und dadurch hat das hier einen sehr guten Halt. Befestigt wird das Ganze natürlich mit Pal-Schlaufen. Das Molle-System ist hier integriert. Das ist natürlich auch bei den Langwaffen-Magazintaschen so. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Ja, dann geht es weiter. Was nehmen wir uns als nächstes vor? Nehmen wir mal die Utility-Pouches, nenne ich es jetzt mal. Da gibt es verschiedene Varianten. Die sind natürlich auch für den DC-Bereich hier sehr cool zum Einsetzen. Man hat hier eine Tasche mit einer aufgesetzten Fronttasche, wo ich hier keine Organisation habe. Und dann nochmal ein Hauptfach mit Organisation, wo ich hier zum Beispiel mit Mesh das Ganze unterteilt habe, um eben hier Ausrüstung organisieren zu können. Diese Tasche passt von der Größe her auch für eine Feldflasche und lässt sich auch tatsächlich wie eine Feldflaschentasche mit D-Ringen tragen. Also wenn ihr nochmal irgendwas sucht zum Beispiel, was ein bisschen moderner ist und euch vielleicht auch noch Platz gibt für eure Wasserfilterausrüstung, wird das hier eine sehr gute Feldflaschentasche. Dann eine typische EDC-Navigations-Smartphone-Powerbank-Tasche. Einmal mit einem Fronteinschub, doppelten RV-Reißverschluss. Innen nochmal mit einer Mesh-Tasche. Und das Ganze hier ist auch mit einem gummierten Material versehen auf der Innenseite. Und somit ist dann auch eine etwas höhere Wasserdichtigkeit gegeben. Hier, was ganz schön gelöst ist, ist auch, dass man auf der Front das Klett abziehen kann. Und darunter findet sich nochmal Laser-Cut-Klett. Das heißt, hier könnte man auch nochmal zwei Pistolenmagazintaschen draufbauen als Beispiel. Und wenn man das nicht braucht, deckt man das schön ab und dann hat man eine ganz normale EDC-Nav-Tasche. Bleiben wir bei der Navigation. Da gibt es natürlich auch nochmal hier ein Armbüro. Von Regen Company lässt sich mit zwei Gletschlaufen öffnen und ist dann hier für Kartenmaterial gedacht. Oder eben für Identifikation vom Ziel, für den Auftrag. Und hat hier nochmal auf der Front einen Einschub für Stifte. Sowie ein kleines Einschubfach, was auch nochmal gummiert und laminiert ist. Das heißt, auch hier wird eine höhere Wasserdichtigkeit, um eben Kleinigkeiten unterzubringen. Das Ganze wird mit elastischen Bändern einfach am Arm fixiert. Und so hat man jederzeit hier die Karte im Zugriff, kann da gucken und kann es dann wieder wegpacken. Dann für die Admin-Freunde unter euch, die große Admin-Pouch lässt sich hier per Molle befestigen, beziehungsweise per Palzschlaufen am Molle-System. Auf der Front großes Klettfeld, auch nochmal klassische Palzschlaufen. Lässt sich hier mit zwei umlaufenden Reißverschlüssen komplett öffnen. Und das wäre jetzt hier zum Beispiel für die Brust vom Plattenträger die perfekte Tasche, um nochmal Kartenmaterial zu organisieren. Stifte, Blöcke, was auch immer. Und hier habt ihr auch nochmal größere Einschübe hinten dran. Ich stecke mal gerade ein Magazin rein, dass man mal von der Tiefe es sieht. Von der Höhe wird es nicht passen, weil es oben raus steht. Aber hier habt ihr einfach nochmal hinter diesen Stifteinschüben nochmal Platz, um flache Gegenstände wie eine Powerbank oder Smartphone unterzubringen. Also auch hier wieder coole Admin-Pouch, die ihr nutzen könnt für eure Ausrüstung. Ihr seht sie ja auch schon von den Farben, das habe ich ja auch noch gar nicht erwähnt. Verfügbar in Oliv, Koyote, Schwarz und Fünftan, Flecktan sind die Riken-Sachen. Ja, dann bleibt uns hier noch die Damp-Pouch, darf auch nicht fehlen. Klassische Damp-Pouch, groß Mesh-Material, dass das Wasser gut ablaufen kann. Im oberen Bereich ein Drahtbügel, der die Tasche dann auch offen hält. Eine Schürze, um das Ganze zuzuziehen, damit ich hier auch den Inhalt nicht verliere. Und hier im hinteren Bereich, muss ich es einmal aufmachen, dass ich euch das besser zeigen kann. Im hinteren Bereich habt ihr auf der Innenseite nochmal Molleschlaufen, um eben diese Damp-Pouch auch nutzen zu können, um dann hier ein Magazin fest zu verbauen. Dadurch habe ich dann den Platz, wo die Damp-Pouch sitzt, auch nochmal als Magazin-Zugriffsplatz genutzt. Das war die Damp-Pouch. Dann für die Breacher oder beziehungsweise auch generell, wenn ihr eure Waffe mal irgendwo an der Ausrüstung fixieren wollt, ist auch immer ein Gegenstand, den man nicht so leicht bekommt in Deutschland. Zumindest in der vernünftigen Variation. Das ist ein sogenannter Weapon-Catch, der wird hier auch per Palschlaufen an der Ausrüstung befestigt. Hier hat man eine breite Aluminiumstrebe drin, die dann auf die Waffe eingestellt werden kann, hier in der Breite. Enger oder weiter. Und über einen Fastex-Verschluss verfügt. Das heißt, ich kann das hier an die Seite machen, kann meine Waffe reinführen, schließen. Und dadurch ist die dann in der Seite fixiert. Und das gibt es auch in der Regen-Pro-Serie. Bleibt uns nur noch der Medic-Bereich. Da gibt es einmal hier eine klassische TQ-Pouch, die mit Elastik an den Seiten ausgeführt ist. Hinten Laser-Cut-Palschlaufen und Molle-System. Vorne einmal hier in Rot schön zu sehen TQ. Das ist die Turnikey-Pouch. Lässt sich öffnen. Auch sehr cool gelöst hier tatsächlich. Man hat das Elastik auch im Deckelbereich verwendet. Das heißt, das Turnikey ist komplett umschlossen. Also es ist fast wie eine komplett geschlossene Tasche, die hier zu wäre und das Turnikey drin ist. Aber beim Aufziehen seht ihr schon, das Turnikey ist direkt griffbereit. Und die Öffnung oben geht mit zur Seite auf. Das ist eine coole Sache, um eben dem Turnikey Schutz vor UV-Licht zu geben. Oder auch vor Dreck und Schmutz. Und aber trotzdem es im Bedarfsfall schnell greifen zu können. Sehr coole Tasche. Das Ganze gibt es auch noch mal ein bisschen weniger. Gut geschützt fürs Turnikey, aber dafür eben auch noch mal mit der Möglichkeit, es mit einer Schere zu nutzen. Hier habt ihr auch die Möglichkeit, nicht nur das Ganze per Pals anzubringen, sondern auch horizontal. Dazu habt ihr hier Druckknöpfe, um das Ganze dann auch so tragen zu können. Also entweder Molle vertikal oder mit diesen Schlaufen, wobei das würde auch an Molle gehen. Also auch horizontal Molle oder eben am Gürtel. Vorderbereich, rote Zuglasche fürs Turnikey. Das ist hier, wie ich schon gesagt habe, eher weniger. Gut geschützt vor UV-Licht und Dreck, aber eben für einen schnellen Zugriff. Gut geeignet. Klettverschluss, hier Platz für Patches und hinten die Scherentasche, um hier auch gleichzeitig noch eine Schere mit unterbringen zu können. Bleibt eigentlich nur noch, na zwei habe ich noch. Da ist ja noch eine, die habe ich auch noch gar nicht vorgestellt. Machen wir ganz zum Schluss. Dann gibt es ein Enkelkit von Recon Company. Das ist hier auf der Innenseite mit einem feinen Flauschklett, Velourklett, sage ich mal, versehen. Das heißt, das gibt einen relativ guten Komfort am Körper. Ansonsten hier 560er Cordura. Und von der Ausstattung her, seht ihr hier, habt ihr zwei schmälere Einschübe. Dann hier im vorderen Bereich Paltschlaufen, die man perfekt nutzen kann für die Kompressionsnadeln oder einen Tubus oder auch eine kleine Schere. Und hier eine Tasche, die ist sehr cool gelöst. Die hat einmal auf der Rückseite einen Durchschub, wo ich zum Beispiel hier Chest Seeds unterbringen kann. Und die ist so gebaut. Wenn ich hier ziehe, ziehe ich den Inhalt mit raus. Das heißt, der Boden wird nach oben gezogen. Und dadurch komme ich natürlich viel schneller an die Sachen ran, obwohl sie dann hier gut verstaut sind. Also ihr seht, man kriegt hier ein komplettes Eye-Fack an den Knöchel. Da ist alles drin, was man braucht. Handschuhe, Tourniqui, Quick-Clot, Schnellverband, Chest Seel, Tubus, Dekompressionsnadel, Schere. Ich denke, alles dabei. Matthias, was sagst du? Alles dabei? Ich denke schon. Zu guter Letzt gibt es noch eine Dengler-Pouch. Und das ist auch die einzige, wo wir ein bisschen Kritik mitbringen. Zum einen hätten wir uns gewünscht, dass die Dengler-Pouch hier sich besser am Chestwick integrieren lässt. Da sitzen aber die Klettfelder im Chestwick leider etwas zu hoch dafür, dass es funktioniert. Also es wird nur mit einem Plattenträger funktionieren. Da klettet ihr das dann einfach ins Plattenfach oder unter die Front. Und habt dann hier eine Pouch, die euch nochmal ein bisschen Platz gibt und innen auch Organisation hat. Ich mache das mal von innen nach außen. Dann seht ihr das besser. So. Dann haben wir nämlich einmal auf der Rückseite hier elastische Schlaufen, um Gegenstände zu fixieren. Und nochmal eine Unterteilungstasche aus Mesh. Also sehr, sehr cool gelöst tatsächlich. Aber was ist jetzt unser Kritikpunkt neben dem Klett, der nicht nutzbar ist für die Chestwicks? Der eigentliche Kritikpunkt ist hier die Lösung im Boden. Vielleicht für den einen Pro. Für uns eher ein No-Go oder ein negativer Punkt. Anstatt hier eine große Schlaufe zu machen, um zum Beispiel ein Turnikey anzubringen, wie es viele andere Hersteller machen, hat man hier zwei kleinere Schlaufen gesetzt. Und wir wussten ja auch nicht so wirklich, was man jetzt da anbringen soll. Deswegen haben wir einfach mal ein Multitool reingesteckt und ein Pistolenmagazin, dass ihr einfach mal seht von der Größe her, was hier passen würde. Aber ein Turnikey wird hier schon sehr, sehr sportlich reinzukriegen. Also wir haben es nicht geschafft. Von daher hätten wir uns hier einfach eine breite Schlaufe gewünscht. Aber vielleicht lässt sich das ja noch nachbessern bei Recon Company. Und das ist auch unser Fazit jetzt. Beziehungsweise wir kommen jetzt zum Fazit. Ja, ein Haufen Zeug. Ihr habt es gesehen. Ich bin jetzt mal ganz schnell und grob drüber gegangen. Einfach damit ihr mal seht, was denn alles verfügbar ist. Ihr könnt ja mal bei Recon Company im Shop stöbern. Und wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Taschen habt im Detail, dann covern wir das natürlich auch nochmal für euch. Ansonsten bekommt ihr das Ganze natürlich bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. Recon Pro, sagt ja schon der Name, gibt es bei dieser Firma. Und bietet euch eben einfach nochmal für einen schmalen Thaler die Möglichkeit, eure Ausrüstung anzupassen oder aufzubauen. Was sagt ihr dazu? Sinnvolle Taschen dabei? Ja oder nein? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie man an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017